Hallo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade bei meiner Schwester und ihrem Freund zu Hause. Ich will sie jetzt prangieren. Der Freund von meiner Schwester weiß Bescheid. Ich hab's vielleicht gleich weiter, aber ich glaube, man hat mich hier. So, ich bin jetzt bei dir im Badezimmer. Da hat er gerade bekommen jemand. Und wir erfahren, ich kann bei dir im Badezimmer. Ich hab hier einen Hotel da. Und ich werde gleich schreien und sagen, ich brauche Klopapier. Und dann hoffe ich, dass meine Schwester hochkommt, mir das bringen will. Und ich mache mir gleich ein bisschen Hotel in meine Hand. Und dann, während ich das Klopapier nehmen möchte, schmier ich das in ihre Hand auf. Wenn sie denkt, es wäre was anderes. Vielleicht, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, sie wird das nicht sehen, dass ich meine Haustür anhaben würde. Kann mir einer Klopapier bringen? Kannst du mir schnell Klopapier bringen? Kannst du mir schnell Klopapier bringen? Klopapier? Ja. 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 Schneide, ich sitze auf dem Klo. Ich gehe schnell in den Arten. Ich bin doch auf dem Klo berichtet. Ist sie da? Ja. Komm bitte rein. Komm bitte rein. Was hat sie gemacht? Ich habe raus von sie. Was hat sie gemacht? Ja. Nee, scheiße. Äh. Was hat sie gemacht? Wie, das ist nicht dein Ernst? Was ist los? Was ist das? Das ist nicht ihr Ernst. Was ist denn los? Ja, die Hand ist scheiße. Ja, die Hand ist scheiße. An deiner Hand? Ja. Ich werde das nicht erlernen. Jetzt lass es nochmal lecken. Ich glaube, das ist die größte Sau. Du bist gar nicht lustig. Ich bin mir klar. 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 Wie ist das eklig. Ich hab so viele Piele. Äh. Bist du dumm? Ey, willst du mich verarschen? Hast du doch gesehen? Hast du dich jetzt verarscht? Ja. Zeig. Was sagen sie dazu? Nicht schön, ne? So Leute, das war's mit dem Video. Der Prank ist mir auf jeden Fall gelungen und ich freu mich so. Ich hab nicht gedacht, dass das klappt. Es hat einfach geklappt. Thanks. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und vielleicht ein Follow. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.